Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, TheMaxi. Heute nur mit einer kleinen Ankündigung, denn ich habe mich entschlossen, jetzt mal so in den Sommermonaten, vielleicht so ein, zwei Monate, einfach mal eine Videopause einzulegen. Ist ja bekanntlich sowieso auf YouTube, beziehungsweise bei den ganzen Spielen so, im Sommer ist das Wetter schöner und man hat Spaß rauszugehen. Und da hockt man auch nicht gern drin und zockt oder schaut sich jetzt unbedingt Videos an. Und aus diesem Grund, denke ich, werde ich mal so ein, zwei Monate eine Pause einlegen, aber keine Sorge, danach bin ich wieder da. Ich habe auch noch einiges vorproduziert, was dann definitiv kommen wird, beziehungsweise könnt ihr mir sehr, sehr gerne auch mal ein paar Spiele vorschlägen. Einfach hier unter dieses Video schreiben, was habt ihr noch nicht gesehen, was wollt ihr vielleicht sehen. Was in meinem Kopf schon so vorschwebt, wäre auf jeden Fall, dass Valhalla weitergeht. Assassin's Creed Valhalla, denn da fehlt uns auch noch Ragnarök. Da bin ich echt richtig gespannt auf das DLC. Dann wird kommen Far Cry 6, das DLC mit Joseph, das meiner Meinung nach auch am spannendsten so mit ist. Und ja, Lego, was ist da neu? Lego Skywalker Saga, die komplette Saga von Star Wars. Die habe ich auch vor, euch dann zu zeigen. Und wie gesagt, ihr könnt gerne noch ein paar Vorschläge bringen. Es ist gut möglich, dass ich vielleicht auch zwischendurch mal auf Twitch wieder aktiv bin. Jetzt in der YouTube-Pause, dass ich einfach mal den Stream anschmeiße und irgendwas zocke, ob es jetzt mal Fortnite ist oder irgendwas anderes. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Deshalb schaut auch gerne bei www.twitch.tv slash dem Maxi vorbei, um nichts zu verpassen. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, macht euch einen wunderschönen Sommer. Bleibt gesund, erholt euch. Vielleicht sogar wirklich an so einer Traumkulisse wie hier in meinem Hintergrund. Man weiß es nicht, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann nach der Pause wieder richtig losgeht. Und ja, wünsche euch viel Spaß, einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss.